Das ist Heilung? Das ist Akkulide. Das ist Akkulide. Stirb, stirb. Nein. Brauchen wir die Feuerspur. Nehmen wir auch nur, wenn wir die Blades nicht weiter... ...oh, Pornkern. Was hat mich denn da getroffen? Okay, jetzt kommen wieder die Blobs hier. Und auch überall, wo ich hier hängenbleiben kann, ne? Shit. Ja, genau. Und direkt einmal Schaden gekriegt. Warte mal, wie stark sind die? Ja, nochmal Schaden. Wenn man da hier angreift, müssen wir vorher töten. Alter. Ich krieg nicht das, was ich haben möchte. Oh, es kommt nicht her dran. Skelette. Ja, genau. Trifft auch mal. Oh, wieder Schaden gekriegt. Was leuchtet. Was leuchtet hier so? Nichts? Ist ja langweilig. Oh nein. Okay, und die Schaden gekriegt gerade. Ja, komm, die sind gestorben. Ich bin stolz, die da. Ich bin stolz, die da. Oh nein. Oh nein, die Hexen. Oh nein. Ich vergesse nicht, wie fies das Spiel ist. Nein. Oh, er ist... Nein, tot. Ey. Wie viel wir von den kleinen Bossen noch machen? Next round. Ich muss Fortnite zocken oder Avatar. Avatar würde ich mich drauf einlassen, aber Fortnite... Also, ich habe mich ja schon zu diversen Games überreden lassen, ne? Ich habe sogar letztens offline Dead by Daylight gezockt, ne? Was ich auch gesagt habe, das werde ich nie zocken. Aber es gibt so Spiele, das ist zum Beispiel auf Fortnite, das werde ich nie wieder anfassen. Ich besitze es ja. Ich habe dafür nur sogar damals noch Geld ausgegeben. Noch so ein Spiel. Phasmophobia werdet ihr bei mir nie sehen. Kein Bock auf dieses Game. Klar, Multiplayer-Aspekt hin oder her, ne? Aber mir gefällt das Game gar nicht. So, was haben wir jetzt hier? Guck mal, wir haben schon eine Rüstung. Das ist schon mal ganz gut. Aber warum haben wir einen Stash? Werden wir nichts verlieren. Shop kommt erst später, ne? Dann geht er rein in die Runde. Ja, aber noch will ich ein bisschen Ruhe hantieren hier mit dem Schwert, Claudia. Weg, 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 weg. Ah, die haben, da sind bestimmt noch neue Shards, äh, Shards. Schaß drin. Die geht nur auf Musik, ne? Bla, 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 bla. Deadly Strike. Hört sich sehr nice an, nehme ich. Ah, das ist auch die Waffenverwässerung. Okay, oh, ein Schwert. Nimm. Kontra, ich schläge ausgewicht, hab ich ja gesehen. Money. Flammenschwur ist geil. Alarm brenn. Weg, weg, Mann. Aber du bist auch nervig. Und hinter der Säule versteckt er sich, ne? Oh, ich da. Blades, natürlich. Obwohl, die Ketten sind auch geil, ne? Schauen Sie, die Ketten ja, ich sollte einfach mal alles durchprobieren. Wenn die da noch was verändert haben... Der Stieber wird geil. Ach, das ist der Boss, okay. Letzter gestorben. Aua! Das muss mir jetzt mal jemand erklären. Ich schlage die ganze Zeit mit einer Waffe. Warum hab ich denn keine Waffe ausgerüstet gehabt? Standardwaffe vielleicht? 43% mehr Attack-Damage. Das find ich sehr nice. Kamera, renn durchs Feuer durch. Nice, der war jetzt easy. Aber wenn er mehrfach kommt, ist halt scheiße, ne? Was haben wir denn noch hier? Probieren wir mal aus. War, glaub ich, in der Demo noch nicht mit drin. Ja, bla bla, komm. Trail of Fire. Ja, komm. Verlängern wir die Spur. Ah, getroffen, Mann. Was bist du denn? Ausprobieren. So was gab's vorher auch noch nicht. War viel krasser. Ey, Alter. 14% Tech-Speed ist ja mal geil. Kannst du aber durchziehen. Aua. Aua. Verlasse mich wieder auf meine Stärke. Die ich nicht besitze. Wir müssen es weiter auf die Suche machen. Vielleicht finden wir ja noch was Tolles. Black. Brunnen wär nochmal toll, ne? Gut. Jetzt ist erst mal Party-Time. Für unsere Blobys. Für unsere Blobys. Der war. Ich bin fast tot. Ich bin tot. Die Blobys haben uns getötet. Sehr schön. Stress. Alleine. Bam. Schon ist mein Arsch für die Woche. Ich kenn das da auch, Iron, ja. Ich kenn das leider auch, ja. So, ein bisschen Storyline. Bla, 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 ne? Ich danke dir, mein Krieger. Aber ich hoffe, du kriegst trotzdem noch ein paar schöne Tage. Mach das, Iron, mach das. Das ist immer ganz wichtig, ne? Also, ich bin immer froh, wenn ich einmal unter der Dusche war, könnte ich, ich könnte einpennen. Das ist immer müde, ich? Nein, habe ich gegänt? Oh, ich kann schießen. Oh, daneben. Das ist Dreck. Oha, die ist neu. Frostring. dahin alle hier töten wenn ich hier machen das ist allmex live